Moin! Nachdem ich ja dann wunderschön die Hässlichkeitswoche überstanden habe, bin ich dann Montag ja wieder zur Arbeit getappelt und es wurde mir wieder ein Atego geschenkt zum Arbeiten diese Woche. Wie toll! Aber der Rest seht ihr dann einfach nach dem Intro. Nö, bis gleich! Ja, da wurde mir dann dieser schöne Atego geschenkt zum Arbeiten. Total toll! Dazu hatten wir dann auch noch die wunderbare schöne Frühstück. Also schön 5 Uhr morgen auf Betrieb und abladen LKW. Ah, schön! Hat auch total toll geklappt gestern mit dem Frühfeierabend dann. Also früh am Tag Feierabend, muss man ja sagen. Ähm, ich war dann ja um 19 Uhr 5 zu Hause. Hat wunderbar funktioniert. Ja, heute wird das schon ein bisschen besser. Ähm, aber nicht, nicht viel, nee. Ja, und was, was ich so, ähm, ausgefressen habe, eher gesagt, wo ich so ein bisschen lang gefahren bin, da mach ich euch jetzt nach hier gleich mal so ein paar hübsche Aufnahmen rein. Nee, und dann gucken wir mal, was die Woche noch so kommt. Ne? Ja, nee, sind wir voll gespannt drauf. Ja, am heutigen Mittwoch... Das Ding auch immer düdeln muss. Hab ich, äh, tatsächlich echt Schweine auf meiner Tour gehabt. Ähm, kam bei einem Kunden an und las dann so die Goldkarte etwas weiter durch, als er sollte. Und sagte, uh, du, der, der arbeitet doch hier. Jo, kannst mal direkt hier abliefern. Ich hole den mal eben her. Dann kam der Typ angetackt, ne? Weil ich mir jetzt natürlich nicht sicher sein konnte, dass er das ist. Habe ich schon mal eben sein Arbeitsweis zeigen lassen. War so. Also... Mach da mal dein Auto drauf, ne? Ja, ich brauch das sowieso nicht zu Hause. Ich brauch das hier, weil das, äh, hier bastel ich an den Autos. Jo, dann lass ich mal machen. So sieht's aus. Nein, wir wollen jetzt keine Verkehrsnachrichten hören. Ich stehe ja sowieso. Ich kann gar nicht im Stau stehen jetzt. So ist das. Genau. Ja, man muss halt auch mal Glück haben, ne? Genau. So. So, aneur ouf. So, aneur ouf. So. So, Pixi D광ver? So, Pixi D quarter时. Ja, der heutige Donnerstag war auch wieder einer der feineren Tage. Ich habe noch den Ostfriesland-Tracker getroffen. Das seht ihr ja direkt nach diesem Clip auch noch. Ja, den kennt ihr eh schon, den Ostfriesland-Tracker. Das ist nämlich der Michi. Und irgendwann wird das sicherlich auch mal schaffen, irgendwie mal sich hier zu äußern oder Ähnliches oder vielleicht sogar seinen eigenen Kanal an den Start zu bringen. Wir wissen es noch nicht, wir werden es sehen, wir werden es feststellen. Ja, so sieht es aus. Ich mache hier gerade noch mein Päuschen und dann geht es ab auf den Betriebshof. Und dann roll ich mal meine Fensterscheiben da hinten aus dem Auto. Und dann geht es ab in Huntsnähe. Und meinen Rosenkohl, die muss ich auch noch ernten. Das fällt mir gerade ein. Das soll ich dir so langsam mal tun, bevor ich mir das gekostet habe. Sojo! Das fällt mir gerade ein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.